Einen wunderschönen guten Samstag wünsche ich euch meine Destiny-Freunde. Wundert euch nicht. Ich musste leider gestern beim Umzug meines Sohnes helfen, nur als Info für euch. Und jetzt geht es mit Xur weiter. Xur befindet sich auf dem Rift. Er hat dabei diese Woche als Edgramm die Burscht. Dann Tycho Note für den Raketenwerfer etc. Dann die Agnoid für den Jäger und für den Warlock die Aspect. Und zu guter Letzt, Universalgerät war früher auf jeden Fall ein geiles Teil. Also, bis zum nächsten Mal, euer DJ.